Hallo meine Lieben, ich bin's, eure Conchita. Ich freue mich schon sehr auf die Eröffnung der Europäischen Wochen im Passau. Ich finde es gerade in diesen Zeiten wahnsinnig wichtig, dass wir so die Chance haben, unter anderem so auch die Chance haben, um europäische Werte nach außen zu tragen. Denn ich denke, dass Europa etwas ganz Tolles ist und wofür wir kämpfen sollten.